Ashtanga Namaskarasana ist die Grußstellung mit acht Teilen. Bei Yoga-Vidya nennen wir diese die Knie-Brust-Stirn-Stellung, manche nennen sie auch die Acht-Punkte-Stellung. Ashta heißt Acht, Anga heißt Teile, Namaskara heißt Ehrerbietung und Asana heißt Stellung. Ashtanga Namaskarasana ist die Stellung Nummer 6 im Sonnengruß in Surya Namaskar. Rafaela zeigt, wie es geht und am besten beginnt sie gleich mit dem Sonnengruß, dass du siehst, wie man dort hineinkommt, aus der ausgerichteten Stehhaltung, ausatmen, Hände vom Brustkorb zusammen, Namaskarasana, einatmen, Arme hoch und zurück, Hasta Uttanasana, ausatmen, nach vorne beugen, Uttanasana oder Padahastasana, einatmen, rechtes Bein zurück, Knie am Boden, Aschvasanshalasana, anhalten, beide Beine zurück, Chaturanga Dandasana und jetzt ausatmen, Knie, Brust und Stirn auf dem Boden. Und das ist jetzt Ashtanga Namaskarasana. Acht Punkte sind auf dem Boden, die Fußspitzen, zwei, die Knie, vier, Brust, fünf, zwei, Hände, sieben und die Stirn, das sind dann acht. Manche sagen auch, dass man hier das Kinn auf den Boden setzen soll, statt der Stirn, auch bei Yogi Hari ist das so. Aber Same Vishnadevananda hat es gelehrt mit Stirn auf dem Boden und so halten wir uns auch daran. Ich glaube auch, dass es besonders schön ist, die Stirn auf dem Boden zu halten, weil dabei der Nacken in ausgezeichneter Weise gedehnt wird und die Halswirbelsäule lang gemacht wird. Ashtanga Namaskarasana ist auch eine Ehrerbietung. Du verneigst dich vor Mutter Erde. Mit acht Teilen verbindest du dich mit der Erde und du öffnest dich für die Kraft der Erde. Ashtanga Namaskarasana hilft auch, die Lendenwirbelsäule flexibel zu bekommen und den Nacken lang und dabei auch vom Brustkorb her weit zu werden. Versuche, im Brustkorb die Erde zu spüren, vom Herzen her dich mit Mutter Erde zu verbinden. Nach Ashtanga Namaskarasana kommt Bhujangasana und das ist das Thema eines anderen Videos.